Mein Name ist Andrea Hattinger, ich bin seit 1985 bei Sonnhaas, habe bei Sonnhaas meine Lehrzeit verbracht. Seit ungefähr 20 Jahren habe ich die Leitung von der Auftragsannahme über. In Spitzenzeiten vor Weihnachten sind es ungefähr 1000 neue Aufträge pro Tag, mit einem Team von ungefähr 14 Leuten. Die Bestellungen kommen per Telefon, per E-Mail oder aus unserem Webshop. Kniffelig wird es eben bei kompakten Nähaufträgen. Da gibt es dann so Spezialisten, die das bearbeiten. Da geht es dann eben um ein Objekt, um ein ganzes Studentenheim zum Beispiel. Mir gefällt, wenn ich etwas verkaufen kann, wenn ich den Kunden beraten kann, am Telefon oder auch im Schauraum bei einer Kundenberatung. Wir haben ein gutes Abteilungsklima. Es macht die Arbeit Spaß und das soll ich mir auch am Telefon rüberbringen zum Kunden. Sie konnten einen guten Eindruck gewinnen über die Arbeit bei uns in der Auftragsannahme. Wir freuen uns, Sie der Sonnhaas Familie begrüßen zu dürfen. Bewerben Sie sich jetzt unter sonnhaas.at